anständige schuhe sehr gut herzlich willkommen morgen die leute seid gegrüßt zu einer neuen runde hier ls 22 nf match mit heute mit einem tatsächlich mal wieder reine mädelsteam marina und jenny moin moin leider ohne eine weitere dritte verstärkung die haben sie ihr seid versetzt worden sozusagen meine internetverbindung spackt ich kann es heute nicht ändern also zuschauen kann man aber mit unterbrechung ich garantiere für nichts läuft aber ansonsten sie sind versetzt worden so team holger was ist eigentlich mit dir bist du mit dabei auch gar kein mädel mehr doch doch wir haben jetzt nur neuen hauptsponsor korte war ist ein dünner hersteller mit deinen haaren oder hast du keine ahnung du bist doch jetzt männlich wenn du die mütze aufsetzt ist leider so weg okay hast du ja geschnitten sarschen wall und jürgen moin bei holger könnt ihr natürlich gerne ein bisschen aufmerksamer reinschalten und immer gucken wenn irgendwelche komischen absprachen zwischen sarschen the wall und holger getroffen werden in sachen von wegen aber wir passen aber nicht aneinander vorbei wir sind ja viel zu breit wenn man nicht gesehen wird das dünger drin ist 20 viele sagen aber auf jeden fall tatsächlich im nachhinein wo man euren stream noch mal geguckt hat hört man nervösität in euren stimmen im vergleich zu sonst hörst du es tatsächlich raus dass ihr dass ihr nervös wart aber hopp gemacht wie gesagt respekt habe ich beim letzten mal schon gesagt tolle aktionen und völlig in ordnung es steht mit hackschnitzel und dünge eins zu eins kann man sagen so und hier haben wir natürlich salazar speedy und die gert gucken bei speedy und bei gert auf tütsch würde ich behaupten ja genau vulkanschnecke steht falsch also bevor ist man kann ich aber versuchen gesteht hier hat sich schon jemand geschwert hast jetzt andere schuhe angezogen oder ja sicherheitsschuhe wie sich das gehört ja auf jeden fall das war eine schöne aktion mit dem dünger und von daher passt schon ja aber noch etwas spannendes die mädels dürfen natürlich ein helfer mit einsetzen weil sie nur zu zweit unterwegs sind ansonsten ein bisschen zeit haben wir noch bis gespult wird also heißt es wahrscheinlich gerade die träger war dann frohe schaffeln bis später so erstmal raum wechseln also es wird natürlich nicht mehr erst mal spiel die vielen dank der verlängern wird verlängern vom sap im 15 monat und stege vielen vielen dank fürs verlängern vom sap im 20 monat bei stege auf stufe drei danke 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 so ich brauche einen trecker nicht den bs5 astral herzlich willkommen und danke für dein follow bs5 astral vielen dank fürs folgen aber eigentlich muss ich erstmal gucken wer alles da ist nicht dass ich hier die zeit muss sein wenn wir es eigentlich haben mit wunderschönen namen don gott schönen namen anwischen namen stege noch mal schönen namen noch mal daniel schönen namen okay schönen namen doch durch dem schönen namen roll von schönen namen tägliche genannt loki vielen vielen dank für die 10 bits danke aha xx herzlich willkommen und danke für dein follow ja wie spricht man das jetzt aus aha xx ich kriege das nicht zusammen tut mir leid auf vielen vielen dank fürs folgen bedanken vielen vielen dank für die elf bits danke was nehme ich mir trecker zum ansehen ich bringe der klar kann ja gleich den johnny bringen los der ist noch vom letzten mal komplett voll mit achtschnitzen da schaffe ich das mit den glas ja oder nämlich den glas da kannst du höchstens noch paar bäume weg fräsen ja wenn du das wenn die er das schafft dann kann ich dann noch weitermachen ja so denn wir werden sicherheitshalber mal hier schnell noch ein feld ansehen wie schnell sehen wir sonst an ruf zum kmh oder ja ich glaube ja wir müssen erst mal gucken dass man ja ein bisschen klar schiff schaffen heute ja dass wir unsere graswiesen gemäht kriegen dass wir davon ballen kriegen dann steht noch einiges an material rum was verkauft werden kann das werden wir gar nicht alles schaffen ob wir heute weiter kartoffeln ernten das wissen wir noch gar nicht die sind keine roboter genau also ich fahre 15 das geht wundert mich der hat eigentlich viel zu wenig ps erst mal noch weiter fräsen dann ist nix ich heute ist im angebot was beim händler ja der threscher ist noch drin oder der drescher ist noch drin dann steuer und für zuckerrohr der anhänger bei dem wir den threscher ist natürlich so eine sache so auf lange sicht könnten wir uns eigentlich hinstellen größter müsste man am plan noch mal ändern dass sie auch schlecht ja ja nicht das erste machen wir müssen nur aufpassen was die der im norden machen ja ja ich brauche erstmal hier eine spur dass ich auch gerade ausfahre ja die google so eine neue überraschung wird nicht geben achim schön genannt jedenfalls nicht heute meine wir arbeiten zwar dran aber also heute gelingt uns das nicht dass wenn wir wie gesagt die anderen sachen was man noch vorhaben umgesetzt kriegen dann dauert es eine weile aber irgendwie fahr ich schlangen linien ich weiß auch nicht sagt gut wird auf alle fälle reichen also da muss ich keins nachdanken da komme ich aus wird das feld ja pläne sind dafür da dass manchmal geändert werden aber gut ja so viele änderungen gibt es dann ich meine entweder funktioniert das noch was wir vorhaben oder es hat halt nicht funktioniert eine andere andere gibt es da gar nicht mehr so dann müssen wir hier rüber ist genau jetzt bockt sich die sehmaschine wieder auf das licht an der sehmaschine ich bin wieder mal kein obs habe ich auf aufnahme gedrückt werden in drei minuten wird dann gespult aber ich müsste trotzdem noch fertig werden das sollten wir schaffen ich pflanze reißkohl an ja ist richtig das war so gewollt jetzt sind acht minuten schaffst du das ich gehe davon aus meinst du nicht lieber bahn und plus ne mehr haben wir ein bisschen längere zeit ach so ja ja stimmt ja ok elf minuten zirka ok stimmt das war eigentlich absicht dass mir weisskohl anpflanzen das feld ist auch nicht geflügt das war einfach sicherheitshalber vor der nacht noch hier den weisskohl angepflanzt ich hoffe mal ich habe jetzt niemanden überlesen hier in der hektik wenn das so sein sollte dann bitte noch mal schreiben mein matchmap ist leider nicht so entspannt wie rühm ernten auf der marsch ne jetzt geht's jetzt absolut in die knie hier acht kam habe sind das jetzt jetzt können wir nicht mal vorwärts jetzt geht's nur schneller ja rühm ernten ist natürlich nur 9 cp variante gestern rausgekommen ist noch mal viel schöner dass man jetzt nur rühmen mit anlegen kann geht zwar leider nicht mit dem überladewagen hätte ich mir zwar so ein bisschen gewünscht aber also mit denen schon ausprobiert naja video dazu hochgeladen ja und es geht also ich habe es nur hinbekommen oder kriegs nur angezeigt wenn ich einen normalen trecker anhänger mit anhänger und kann auch immer nur hinten abkippen oder konzschieber weil der immer an der miete vorbeifährt wenn er die angelegt hat und dann rückwärts zur miete hin und dort abgibt dann und so stück vor stück eine miete aufbaut mit dem überladewagen ging es bei mir nicht da kriege ich gar nicht das menü angeboten dass ich ihn umstellen kann das auf dem feld abgeben soll das ist so aber ist nicht schlecht man kann es dann auch schön mit europa maus verladen das funktioniert auch einmal frei muss auch bei der europa maus dann in der abfahrer muss ein kostet abfahrer sein ja dann an auto teil über gibt aber auf dem feld muss kostet arbeiten sonst wird es nichts war mir schon genommen mit dem rübenwagen funktionieren jetzt auch nicht den habe ich nicht mehr getestet dann so weil das ja mehr der hat ja genau so ein überladerohr eigentlich weil ich habe dann eigentlich angenommen dass es mit denen genauso wenig geht dann weil der der ernte selber kann es auch nicht jetzt stellt er sich wieder so quer hier ich glaube im jetzt will ich nicht verkehrte sachen definitiv im 17er hat ja da die erntemaschine selber aufgeschüttet im 19er auch du hast natürlich dann wenn die wenn der roter fährt und du hast ein cosplay abfahrer für den roter die miete aufschüttet also der ist selbst unten auf der 54 habe ich das dann gemacht der ist relativ platt unterwegs als ich habe hochgestellte 40 km h dass er die 40 fährt auf dem feld also der rüben roter hat kaum stillstand das geht richtig gut also das ernten wird definitiv schneller gehen meine die masse die da abtransportieren muss bleibt ja dasselbe wackel schön guten abend ja die wüge und tun ich sehe dass das noch nicht gespult wird ich ich werde auch nicht zeit schreiben werden auch nicht meckern oder wird im norden auch angesät ich sehe auch ein bisschen eigentlich dass die ernten was das regen vorhergesagt dann sieht man gar nicht so recht bewegung doch 28 sehen sie irgendwas an ja jetzt sind sie hoch gegangen aber 28 ist meist angesät wurden schaffst du es jürgen knapp gut dann ist es so ich kann nicht gucken nach drüben aber ich schätze mal wir haben noch zwei bahn oder drei mehr werden es nicht mehr sein wenn ich so unten auf die krabbe gucke unsere produktion seinkau da müssen wir auch nicht machen das können wir am nächsten tag noch mal komplett machen ach den schiebt es also ich weiß nicht aber warum ist das bloß hier auf der matchmatch aber warum ist das bloß hier auf der matchmatch oh Mist zu verkaufen bei den mädels und gülle ja ja gülle wäre jetzt nicht so aber Mist wäre interessant ja und wie kriegst du ihn her wenn wieder einer zeit unterwegs ja mit zwei mit zwei leuten werden sie wahrscheinlich nicht liefern können ne werden die nicht machen die werden die werden auch den stroh liefern also wenn die sehmaschine nicht kaputt geht kriegst fertig 1 2 3 ach da ist er ich dachte mir hätte jemand einen baum geklaut naja gut du weißt nicht was sie zu tun haben mit ihren rapsfeldern da wird gegrubbert oder einer steht am ruf was hat er geschrieben ich mit lieferung ach so fragezeichen du fragst nach preis mit lieferung nach preis mit lieferung problem fakt ist wir haben nur ein kleines fass mit 18.000 haben wir ja auch bloß das ist ja das problem ja deswegen ist es nur die frage ob ihr interesse an gülle hättet Mist ist klar das hattet ihr euch ja schon mal geholt und eure strohballen liegen auch noch bei uns ja aber das müssen wir über das mittelsilo machen mit den strohballen das wird sonst nichts also die müssen müssen bei uns in der mitte in silo sind wenn wir die zu uns transportieren gehören die immer noch euch wenn wir die dann in komposter hauen verkaufen sie ja das haben wir ja schon zweimal geübt ok ne kriegen wir hin ist ja nicht das problem ich bin nur maximal eingeschränkt heute durch mein internet ich habe keine ahnung warum das heute spinnt also mit unserer ferien Mist würde man auf alle fälle nehmen wollen wenn es wenn es welchen gibt ja knappe 60 61.000 oder sowas in dem dreh sind es da würde ich zur not auch mit dem lkw kommen und abholen jo aber dann müsst ihr uns die strohballen in die mitte bringen die bringe ich euch in die mitte das ist kein thema dann können wir das machen das sag ich dir gleich äh ui moment Mist kriegst du sofort gesagt sobald mich mein internet mal und zwar haben wir Mist 62.000 aktuell einmal mit dem lkw genau also ich würde mit dem lkw kommen ich kriege 68 dann glaube ich fort jo passt wenn so viel da ist ja das sehen wir ja dann aber dann wissen wir dann ist nur Mist verkauft und strohballen ich weiß nicht wie viele habt ihr da äh das sag ich dir gleich wenn ich wieder auf dem Hof bin aber es sind einige Ballen wie gesagt ich zähle sie gleich mal durch ich ich meine mit der Gülle wir wollten ja sowieso noch ein großes Fass kaufen ne ja schon aber mit der Gülle weiß ich nicht so recht ob das lohnt zu fahren wo ist denn überhaupt unser kleines Fass äh da steht glaube ich das hast du hier vor äh komposter stehen gelassen echt oh und Luki haben sie enttarnt vielleicht da war bei Daniel in Stream wird sofort geschrieben dass es dass der Mist verkauft äh gekauft wurde nein da wird sofort geschrieben dass das ein Spion wäre wahrscheinlich ja ist normal du bei mir wie gesagt es ist halt heute schwierig beim zugucken weil es puffert laufend es ist alles katastrophal bei mir ich rutsche durch die Gegend ich bin gestern zwölfmal vom Server geflogen beim Spielen ja das ist auch wirklich was nicht in Ordnung dann du wirst lachen es passt aber alles weil du wirst nicht woran es liegt weil ich habe ja die unter der Woche nicht gespielt weil ich ja Spätdienst hatte ja also ich kann dir noch nicht mal sagen was vor einer Woche war so ich habe hier rumstehen Moment ist wie viele Ballen könnt ihr mit einmal transportieren äh 20 na die wird man nehmen wenn du so viel hast 30 Ballen habe ich hier rumliegen ah 11.000 die 20 wenn du 20 transportieren könnt dass es die einmal in die Mitte bringt oder willst du zweimal fahren ne ich fahre ja zweimal habe ich kein Problem damit ja wo nichts zu tun gerade nicht also wird man nehmen gerade nicht ne ist ok dann sind es eure denn da waren wir glaube ich 80 ne oh 1000 ja Strohwahn 80 und 75 für den Mist ohne Brückengebühr so mal informativ wie viel Würstchen für die Gülle haben wollen Gülle und Mist waren identisch so zur Not fahre ich es auch bei mir verkaufen habe ich auch kein Problem mit wo ich sie schlussendlich verkaufe oder wer sie will ist ja egal richtig okay das ist gut möglich ja aber ja ist nicht schlimm es ist heute anstrengend ok also Stroh bringe ich euch rüber sobald die Brückenöffnung ist in euer Lager ja vorher kann ich auch die Mist nicht holen ne ja aber das kriegen wir gleich alles hin ne ne ok dann passt das dann schnacken wir nachher noch mal zur Brückenöffnung ja bis dann tschüss tschau tschau so die erste Wiese ist fertig gut alles klar dann komme ich pressen lasst die Fräse und den Anhänger hier erstmal beim Bäumen stehen ne ja ich mach da weiter wenn du pressen willst willst du hier den Glas nehmen oder was ach so ja dann ja dann kann ich den da ich lade bloß noch das Wasser aus oder ich kann auch pressen fahren mir ist es egal wenn ich fräse noch weiter ja oder so ok ich meine ob ich jetzt was verkaufe oder ob wir nachher verkaufen Flüssigdünger oder was drin ist das ist glaube ich egal oder wir kaufen uns erst noch das größere Fass ich wollte sagen also mit Flüssigdünger da kommst du auf die die paar Stunden auch nicht an da würde ich erst das große Fass holen dann könnte man auch überlegen wenn man wirklich in der Mitte ist weil die jetzt gefragt ist was es kostet da bist du halt überstreckend da könnte man eigentlich mitnehmen ja deswegen hatte ich ja gefragt weil wir sowieso fast in der Mitte sind im Einkauf sind es 118 pro 1000 ja so jetzt wird es unser Gras nass zilliert es da besser ja warum sehe ich keine Ballengröße 1,2,3 ach 150 krass wo hast du denn angefangen hier gleich am vorne oder gleich vorne am Hof auf der Straße auf der Straße 1,2 ach hier was habe ich denn jetzt ich habe gar kein F1 Menü mehr was ich habe kein F1 Menü mehr wir seien auch noch nicht gehört da würde ich mal in die Einstellung gucken Tastenbelegung habe ich auch schon gehabt dass du irgendwas zwischendurch mal rausgeschmissen hat ist das kannst du das rausnehmen das F1 Menü weiß ich nicht ähm beziehungsweise es war zwar noch darauf gelegt aber er hat es nicht erkannt wie stelle ich mir um dass der automatisch ablädt ich glaube mit Y ich glaube mit Y würde ich sagen achso ja da steht es doch ich habe auch gar keine Anzeige mehr vom Produkt Info hat ich habe gar keine Anzeige mehr weder Geld noch unten gleich seit Tag und ich habe gar keine Anzeigen oh was ähm wie hieß das wenn du jetzt easy death meinst das haben wir ja nicht drauf geht ja gar nicht nein du kannst das in der Konsole kannst du das ausschalten nein habe ich nicht gemacht ich hatte doch eben auf dem ES bei der ersten Wiese ja noch hast du hier der Lok was drin stehen wenn du guckst und dann geht das noch auf über Tastatur ja Lua mit Stroh was ist das denn Adapt to Performance da würde ich mal rausgehen und ich spiele neu starten bevor es euch was zerreißt ja ich mehr wie erst die Wiese weiter ich brauche die Anzeigen auch normalerweise heute nicht vielleicht habe ich wieder nur irgendeine Tastatur drückt und habe da wieder alles ausgemacht mit eins ihr und ich entweder sind es wie luki schon schreibt luzerneballen oder steht ein komposter steht da krassballen noch um das war uns war das alles luzerne das was da steht ist alles gras genau das ist alles groß luzerne brauchen wir bald da hat man glaube ich zu wenig gemacht ja weil ich mich da verrechnet hatte oder ich bin von der falschen an vom falschen verbrauch ausgegangen also ein bisschen mehr fernlicht wird er haben aber ich kann nicht schnell fahren sie ist jetzt nicht besser wo das fahrzeug lang läuft wenn in ansicht fahren würdest da sehe ich ja noch weniger also ok ja ja dann fehlt oben noch eine lampe stimmt da wäre fernlicht besser oder habe ich nicht an doch weil ich selbst wenn ich rot umleuchten anmache sehe ich nicht mehr immer nur kurzzeitig jetzt 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 so der kohl müsste ja schon eine wachstumstufe bekommen haben auch noch genau 49 50 oder ein passt wachstumstufe ist doch bestimmt durch oder ja klar ja er ist durch wir müssen dann bloß den kohl düngen wenn man hier die krassfelder dünnen das müssen wir sie so alles heute oder morgen erledigen denn das andere war doch alles gedüngt oder da müssen wir uns nicht um kümmern die anderen waren doch fertig seit 54 hatte benni letztes mal gemacht zwischendurch ja ist ja nur noch hat kohlfeld und die wiesen das kohlfeld ist natürlich krass grün mit unkraut jetzt wird es wird wieder hell genau das auf linker geht geht nicht geht geht nicht aber liegt erst am stream bei mir ist wesentlich heller als bei die im stream die schädel ist eigentlich an ich war schon die ganze zeit schon wieder ohne licht naja gut jetzt könnte ich auch ohne licht fahren ich fahre aber schon die ganze zeit ohne licht seitdem ich das letzte mal losgefahren bin wo bist du jetzt hingefahren zum luzerne feld oder ne hinten auf die kraft 64 gut luzerne haben sieben stunden zeit bevor wir da fallen das schafft man ja alles dann ja ich habe jetzt nur noch das kleine 57er feld und dann die große ne 51 und was ist da hinten mit 51 schlusser ne ja jürgen will erst die zäune loswerden alles hat sie erledigt ich habe wieder anzeigen echt ja ich habe auf f6 gedrückt auf f6 f6 kammer auf 6 auf 6 dachte 6 nummer 6 sagen wir mal so aber das sind nur fehler drin als das ist ja trotzdem komisch eigentlich weil dann müssten wir den ja alle haben das ist klar wenn du jetzt unten keine map angezeigt kriegst das in game map ja hat er gemeckert das ist ja kuriosi die mehrpartner jahren gezeigt war ja das einzige was da war und das war auch noch bald na toll für euch zu vor bei mir ist das spielen so gut wie unmöglich ich bin hier zwischen 25 und 500 ms unterwegs mich hat es gerade auf meinen feld 11 geknallt und habe mir die fast das halbe feld sozusagen kaputt gemacht das ist schlecht klar aber fakt ist matze wird gleich erscheinen und wird für mich übernehmen und ich mache dann aus es bringt ja nichts das ist marina weiß soweit bescheid daher nur dass ihr es wisst ja wenn du bloß ein stream ausmachst kannst du gleich spielen guten tag hallo hi hast du auch 37 oder hast du schon eine folge gewechselt oh ne bei mir ist auch 37 hat dir zu oh einer vorgestellt ich presse ja so gemütlich ballen gut ich bin wieder weg dann mach du erstmal abmoderation ja dann sagen wir vielen dank fürs einschalten dann geht es morgen wie gewohnt 17 uhr weiter natürlich kommen wir mit ballen fressen und das schauen wir mal bis dahin und tschüss ciao ja